ja hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen folge king of retail 2 ja wir sind so ein bisschen am antesten hier im beta testing und gehen die wieder weg auch wieder laden dazu da was richtig schön ist es halt hier die ladeneinrichtung die einräumen wollte ich diesmal mal woanders hinpacken damit wir eventuell hierhin sagen wir jetzt zumindest farblich ändern können wir wollten heute mal gucken zurück einrichtung regal und dann wollte ich hier mal ein regal aus dem kühlregal jetzt habe ich beides gleich dann würde ich das jetzt gerne nehmen also die ersten oder noch eins hin kommen dann zwar in den bereich rein aber sagen wir jetzt so dass wir hier so ein bisschen was an artikeln auch holen können bestellung refreshing durch hier würden wir gerne also hier so milchprodukte ist alles die gleiche ne aber dann nehmen wir jetzt einfach mal willa miller zwei nehmen wir die mal ich will ein kriegen ach was auch noch brauchen fällt mir gerade ein das joghurt naja genau nehmen wir auch zweimal noch einen anderen joghurt wieder alles ist das ist gar kein eis immer hier joghurt also zehn mal das mal weg dann nehmen wir das noch mit dabei so das mal weg dann nehmen wir das noch mit dabei so okay dann haben wir die artikel was haben wir hier das sind getränke ne so dann haben wir hier frozen das eis ne genau 1,2,2,2,4,5,6,7,8,9,10 okay dann müssen wir es haben so so stellung 3000 ok geschlossen so ist er hat schon geliefert jetzt müssen wir noch mal eben eine regalieferung ne angeliefert wird es immer gleich lager genau dann müssen wir jetzt hier gucken das ist so eine kühltruhe hier wir wollen es später mal umbauen nochmal das ist teuer ne und unboxing da kommt es jemand liegt weg weg Ich hoffe, ich level jetzt auch, dass es irgendwann schneller geht. Die sind beide schon weg jetzt. Weil das hier verkauft, ja, muss ich das mal eben da hinpacken. Als wir das machen können, wir verkaufen das mal. So, und dann gehen wir hin und sagen, Einrichtung, Kaufeinrichtung, Lager. Lager. Wir lassen uns erstmal hier vorne. Das ist schon gut, was im Lager, äh, Lager, äh, Lager, äh, Lager. 10 Uhr morgens, okay. Ich habe da nichts gekauft, wenn wir den Artikellieferungen anfordern kommen. Danke dir. Und so rein? Ja, reine Schmuck. Gut. Apacadabra, doch. Vorher. Und so rein. Und so rein. Okay. Danke, die Dame. Jaha. Die steht viel zu langsam. Alleine ist es so schwierig. So, dann nehmen wir den mal. So, jetzt muss man mal gucken. Wie kriegen wir das denn hier rein? Dann würde ich sagen, wir nehmen auch die erstmal hier vor. Wenn wir uns jetzt eh nicht mehr leisten können. Schauen wir die direkt hier hin. Ähm, edit, so. Edit. Okay, da Boden. Boden. Und die. Die. Boden. Ach, das glaube ich schon. Guck mal, ich krieg nur mehr rein. Boah, ich krieg nur richtig viel rein. Okay. Das heißt, sie haben hier nur acht Produkte. Warte mal, wir können ja. Wir müssen, glaube ich, gar nicht die. Wir müssen, glaube ich, gar nicht die. Und da. Dann, vier zu, vier. Dann mal ganz kurz hier. Gleich krieg ich sie doch dahin. So, sichere weg, wieder hin, edit, dann sagen wir hier unten kommt eins hin und zwei hin, dann können wir noch ein dritter hin, eins, zwei, das ist cool. Ich nehme das noch hin, dann gucken wir mal hier nach Rosen. Na cool, dann haben wir nämlich alles drin und ja, so viele Sachen müssen wir erstmal gar nicht haben. Sehr schön, dann kommen wir hier, use. Oder aber nicht gleich jetzt den Kühlschrank, sieht zum Beispiel mal richtig gut aus. Also geht wieder, schade. Wenn ich reinkomme, dann bleibt Salz stehen. So, jetzt haben wir nicht hier. Aber das finde ich halt gerade cool, dass man halt die verschiedenen machen kann. Das ist einmal Milch kennt man noch und irgendwas anderes noch hier. Hier Frozen, da könnte man auch noch zwei Produkte. Und vor allem, wir müssen jetzt mal gucken, wir können zum Beispiel hier von 27 Produkten, dann ist er voll. Aber hier, I, das ist die Milch, die Milch macht gar nicht so viel. Ja, die Milch kann ja nur 9, ich darf nur 9, ich darf nur 9, ich darf nur 9. Geht doch hier auf I, dann schuldet ihr die Milch, dann schuldet ihr die Milch. Die Information, die Milch ist richtig mit 9, ne? Ja, kommt zur Kasse. Geht doch. 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 ich weiß nicht warum und da einer steht wollen die dann alle von den dingern krieg ich glaube ich gucken hier von den krieger 27 27 milch 9 und den die milch an es ist wieder jemand das schaffen halt nicht beides sie ist gleich wieder weg muss ich sagen jetzt das schon wieder weg nachfüllen so da du 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 davon der milch neun das reicht hier aus drüber gucken hier also milch neun die dinge sogar nur 6 6 aus geschlossen wieder mal gucken ob wir das hinkriegen hier das sind 16 ok hier sind es hier ist 66 genau sehen das sind zehn das genau die zählen die wir haben genau hier sind es 12 noch auch 12 was hier 27 auch siebenundzwanzig und hier auch siebenundzwanzig also war ich ganz gut jetzt eingedeckt dafür dass wir hier noch mal kurz gucken da haben wir hier 12 12 mindest lager ok dann können wir den tag beenden dann gehen wir kurz ins büro kaffee bekleckert noch einmal die mindest lager bestellen milch habe ich auf neun gesetzt oder stellsystem müssen mal gucken milch ist was ich jetzt hier nicht der sammlung auf übersicht näher dann haben wir die erste bestellt aber noch kein geld hauptmenü aufschalten ich würde sagen wir gehen in den nächsten tag rein ich hoffe euch hat es gefallen und ja dann sehen wir uns zur nächsten folge wieder wenn ihr mögt bis dahin bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald Untertitelung des ZDF, 2020